Grüezi, mein Name ist Fridolin Dertschi von der Dertschi Scheissepapierfabrik AG in Türenesch. Fridolin! Ja, Schätzli? Wir sagen nicht mehr Scheisse, sondern WC, oder? WC, wir sind ein WC in Papierfabrik. Wir produzieren Scheissepapier in allen Farben und Grössen, in einer Top-Qualität und verkaufen direkt an die Fabrik. Hier werden die Zellulose- und Recyclingpapierfasern von toten Bäumen gewaschen, getrocknet, entstaubt und sortiert. Hier können Sie die Qualität und den Weichheitsgrad von Papieren aussuchen. Schauen, wie Ihr Scheissepapier hergestellt wird. Auch die Farbe können Sie auf Wunsch selbst bestimmen. Schon ab 4.99 Franken gibt es bei uns eine 20er Packung WC-Papier, Weiss, extra weich. Im Standardformat 10 auf 13 cm. Diese Rollen hier haben 67 Blatt Papier. Hier werden unsere Einzelanfertigungen produziert. Auf Wunsch drücken wir Ihr Firmenlogo mit modernster Drucktechnik auf Ihres ausgesuchten Papier. Geräusche Jawoll! Schnell! Diese ist unsere Materialprüfung. Dort testen wir unter prieren Bedingungen Qualität, Preisfestigkeit und Saugvermögen des schüssigen Papiers. Max, wie sieht's aus? Ja, es geht so. Die Neuserei ist einfach nicht zu dünn. Nein, die Sauerei! BIA! Das ist unsere Scheisse Papierreinigung. Wenn Sie sich telefonisch anmelden, können Sie vorbeikommen und gleich zuschauen. Nein, nein, nur nach telefonischer Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der Terci Schissi Papierfabrik AG in Dürnest. Gerade neben dem schönen Lüthville. WC Papier. Wir sind eine WC Papierfabrik. BG-Lufus-Razt. 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 Vielen Dank.